Hey Freunde, damit kommen wir zum Winterfestauftrag Nummer 14 Zerstöre Weihnachtsdekorationen Insgesamt müssen wir da 10 mal Weihnachtsdekorationen zerstören Ich zeige euch mal, wo wir das am besten erledigen können Dazu begibt ihr euch hier am besten links oben auf der Karte zu Sargent Winters Werkstatt Denn dort gehen kaum Leute mit runter und da steht ein Haufen Dekorationen rum Wie ihr hier schon seht, fängt das hier direkt vorne an schon an Zack, hauen wir die kurz kaputt, das wären schon mal zwei Hier der Weihnachtsbaum, drei Und dann ringsrum um das Gebäude herum steht auch ein Haufen Dekorationen Hier Nummer 4, Nummer 5 Hier drinnen die Pakete, weiß ich nicht ob die zählen, aber das hier zählt wieder 6, 7, 8 Hier die 9 Und hier vorne die Pakete zählen alle einzeln als ein Stück So, und wie ihr seht, hätten wir damit den Auftrag dann auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip Ciao